Vor kurzem habe ich ein Interview gesehen, von dem muss ich dir unbedingt erzählen. Und zwar, um was es dabei gegangen ist, ist, dass ein Unternehmer durch Zufall herausgefunden hat, wie die Customer Journey einer ganz anderen Branche funktioniert und sich einfach in die Mitte reingeschoben hat und so ganz viel Geld verdient. Um was geht es? Folgendes. Ein 22 Jahre alter Mensch hat gedacht, weißt was, es wäre schlau, wenn ich mich selbstständig mache. Und der einzige Weg, den er gefunden hat, um sich selbstständig zu machen, ist, dass er ein Müllentsorgungsunternehmen gestartet hat. Also nicht so ein großes mit ganz vielen Wegen, sondern einfach nur ein kleines. Er allein hat einfach Entrümpelungsdienste angeboten und ist dann immer wieder zu Häusern gekommen und hat dann dort gesehen, dass er einfach den Müll entsorgen muss. Und zwar deswegen, weil die eigentlich ihr Haus verkaufen wollen. Deswegen muss er zuvor den Müll entrümpeln, damit sie es danach einem Makler zeigen können. Und wie ihm das wieder einmal passiert ist, hat er dann einfach gesagt, was wollt ihr denn für das Haus haben? Und was ist, wenn ich euch ein wenig weniger gebe, aber dafür den Müll gleich mit entsorge? Und hat dann ganz schnell das Haus gekauft, hat dann das ganze Haus etwas hergerichtet, hat den Müll entsorgt und das Haus gleich wieder verkauft und dabei 70.000 Dollar Gewinn gemacht. Und was er daraus gelernt hat, ist folgendes. Er hat mittlerweile eine ganze Armee von Müllentrümplern, die für ihn arbeiten. Und immer, wenn sie zu einem Haus kommen, wo sie nachfragen, warum wollt ihr das weghaben? Und die sagen, weil wir das Haus jetzt verkaufen wollen, machen die sofort ein Angebot für das Haus. Mittlerweile hat er auch ein Team, das das Haus herrichten kann und das das Haus dann ganz schnell wieder verkaufen kann. So verdient er mittlerweile eine Menge Geld und zwar einfach nur, weil er verstanden hat, dass die Customer Journey der Kunden eines Immobilienmaklers unter anderem auch ihn benötigen, hat er sich da in die Mitte hineingesetzt und nimmt jetzt einfach den Immobilienmaklern ihren Job ab, indem er das schon vorher für sich nutzt. Das heißt, er hat nicht nur die Customer Journey für sein eigenes Unternehmen verstanden, sondern auch die Reise, die die Kunden von Immobilienmaklern durchmachen, von dem Moment, an dem sie beschließen, wir sollten umziehen, bis dahin, wo sie tatsächlich einen Makler beauftragen. Die hat er durch Zufall eigentlich herausgefunden, wie sie funktioniert, hat sich mitten reingesetzt und das funktioniert sehr gut für ihn. Vielleicht sollten wir auch zwischendurch kontrollieren, für welche Branchen ist eigentlich unsere Arbeit eine Vordienstleistung und wo könnten wir vielleicht Prozesse abkürzen und so ganz neue Geschäftsfelder für uns erschließen. Ich wünsche dir viel Erfolg!